...zu erwarten in den ersten beiden Partien. Raya Papa. Und darauf werden sie natürlich schauen mit ihm auf der 5. Cheatham hat die Uhr auf dem Schirm. Und scoren wahr. Wir haben erst zwei Fouls. Nutzt sie. Und damit meinten... Winston. Giffey für drei. Das ist seine Kernkompetenz. Bonga. Mit den Zählern. Eminent wichtig heute an beiden Enden des Feldes. Bayern im Moment wieder mit Oberwasser. Winston. Findet immer einen Weg. Und mit Wimberg. Weil er bei tiefer Dreier. Oh, stark. Und immer wieder Bonga. Ob als Spot-Up, Three-Point-Shooter oder Post-Up-Spieler. Nick Wilder-Bepp, sein Dreier, fällt gut. Und Göttingen hängt sich mehr rein beim defensiven Rebound. Und den muss Bess einfach so spielen, dass er höher springt. Im Gegenzug dann die leichten Zähler für die Bayern. Und Isaac Bonga findet wieder die Lösung auf dem Parkett-Tast. Und Isaac Bonga findet wieder die Lösung auf dem Parkett-Tast. Das war mal ein starker Block, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich denke mal, die Entscheidung ist korrekt. In sich zusammengefallen. Bess. Definitiv nicht vor der Pause. Durchaus interessant. So geht diese Serie zu Ende mit einem 3-0-Erfolg des deutschen Pokalsiegers. Der FC Bayern München gewinnt Spiel 3 mit 65 zu 54. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.